Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, zu einem neuen Part Mario Kart 8 Online. Und dieser heutige Mario Kart 8 Online Part steht heute ganz im Zeichen des gestrigen Japan-Tages. Zumindest bei mir gestern, wo ich das hier aufnehme, nämlich an dem Sonntag. Weiß nicht, wann das Video online kommt. Vielleicht schon am Montag, also vielleicht dann für euch vorgestern. Vielleicht auch erst ein Wietstag, kann man sehen. Weiß nicht, wann es genau kommen wird. Auf jeden Fall möchte ich ein paar Worte dazu verlieren und natürlich dann auch noch wahrscheinlich danach. Ah, schuldige Sache. Dann auch noch, ja, ein bisschen noch zu den Projekten. Aber wie gesagt, erstmal jetzt der Großteil dieser Part sollte der Japan-Tag einnehmen. Denn ich war dort gestern mit einigen anderen Leuten, vor allen Dingen sehr von Twitter bekannt. Und das war echt eine coole Sache. Also die ganzen Leute da zu treffen, das war schon ziemlich genial. Und auch der Japan-Tag an sich war ganz schön sehr interessant auf jeden Fall, das mal zu erleben. Auch wenn es ganz schön voll war, muss ich sagen. Also es war klar, dass ich die natürlich nicht hätte wegschmeißen sollen. Ich mache an den Anfängerfehler ein paar Exelons. Ja. Ich muss jetzt leider auch nicht dran ändern. Aber wer weiß, das sieht gar nicht mal so schlecht aus hier, dieses Rennen. Das sieht ja nicht so schlecht aus. Aber gut. Ähm, genau. Japan-Tag, da war ich stehen gelieb. Ähm, genau. Es ging los, dass ich ja zu allen anderen gekommen bin eigentlich. Äh, und dann schon recht schnell war ich dann ganz plötzlich mit Mario alleine. Ähm, irgendwie hatten wir uns da verlaufen gehabt. Und dann wollte Mario dann auch die, ähm, die Stände sehen. Und dann haben wir uns die erstmal angeguckt. Die anderen waren dann schon, ähm, zu einem Platz auf der anderen Rheinseite gegangen. Wo dann später dann auch ein Foto gemacht wurde. Was? Ich vielleicht auch am Ende nochmal einblenden werde. Mal gucken. Hat der gute Mario gemacht. Äh, oder es ist als Thumbnail gekommen. Vielleicht habt ihr es gesehen. Ansonsten verlinke ich euch das in der Videobeschreibung. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Jedenfalls war es ganz cool. Ähm, wobei ich sagen muss, bei diesen ganzen Ständen, da gab es irgendwie, ja, also, die haben mich nicht vom Hocker gerissen, wenn ich ehrlich bin. Also, ich war ja letztes Jahr auch schon bei den ganzen Ständen. Bei der Gamescom, und da gab es ja auch diese ganze Cosplayer, ähm, also, Cosplayer gab es natürlich auch, aber das, ähm, Merchandise und verschiedene japanische, ähm, Kuriositäten, Plüschfiguren, alles mögliche. Aber das kennt man irgendwie alles. Und vor allen Dingen bei einem Stand muss man sich auch noch anstellen. Und, ähm, gefühlt war es so ungefähr 30, 40 Grad. Also, gut, es waren, glaube ich, insgesamt 20 von der Temperatur. Aber es war recht warm. Ja, es war sehr warm. Und vor allen Dingen liegt das ja auch noch daran, erstmal war es ja schön warm. Und dann auch noch mit den ganzen Menschenmassen, die da waren, also, also, das war nicht, ähm, also, ich könnte mir nicht vorstellen, dass das weniger als eine Million Menschen waren, die da, ähm, rumgelaufen sind. Also, es war ordentlich viel los da, äh, das muss man echt sagen. Und vor allen Dingen, ähm, wenn man dann auch noch warten muss, also, ich weiß nicht so recht, also, naja, aber dann sind wir auch recht schnell dann gegangen immer wieder. Und dann sind wir dann auch schon über die Brücke gegangen, äh, und dann zu dem Foto. Da dann, bisschen Zeit verbracht. Ah, das war auch nicht schlecht dort. Dann, also, auf der anderen Seite da habe ich mir dann schon ein Foto gemacht. Wie gesagt, das habe ich euch eventuell eingeblendet oder verlinkt. Oder ihr habt es im Thumbnail gesehen, je nachdem. Ich weiß es nicht, wie ich das mache. Mal gucken. Dann, jedenfalls, ähm, äh, genau, danach ging es dann eigentlich dann schon weiter. Dann war ein bisschen Essen angesagt. Joho, danke, Stachy. Freue mich für dich. Ähm, es war dann Essen angesagt. Äh, zumindest bin ich dann erstmal was essen gegangen. Ähm, ich glaube, Mario hat sich Sushi, äh, geholt. Ich glaube, der Rest hatte sich alle Nudeln geholt. So wie auch ich hatte mir dann auch Nudeln geholt. Und, die ich zwar halt begehen essen musste, aber das, das hat schon gepasst. Das hat auch geklappt. Das hat ja auch geklappt. Und vor allem hatte ich dann auch noch, ich habe nämlich nur die Hälfte gegessen. Und den restlichen Teil hatte ich dann am Abend dann noch gegessen. Und so hatte ich dann auch noch was für den Abend. Hat doch auch gut gepasst. Gut. Ja, was gibt es eigentlich noch zu sagen? Genau, ich war ja auch noch nicht fertig. Es gab ja auch noch mehr als nur jetzt diese Stände da. Es gab ja auch noch verschiedene Veranstaltungen da. Also, da gab es auch noch ein paar Sänger da, die da, ähm, waren. Anime-Sänger. Und dann gab es auch noch so, ähm, so Schminkstände und Manga-Zeichnungsstände. Und ich weiß nicht, ich weiß noch alles, was es da alles so gab. Es ist, das ist schon echt, echt krass, was die da auffahren. Und warum fahre ich genau in diese Banane rein? Also, das, äh, bleibt mir fern, der Grund, warum ich das getan habe. Aber okay. Aber okay, wahrscheinlich bin ich noch von diesen ganzen Eindrücken da geflasht. Wird wohl so sein. Wahrscheinlich. Aber war echt, war echt, war echt lustig, muss ich sagen. Also, viel gesehen. Warum, warum, warum? Also, das war echt, war echt eine schöne, eine schöne Sache da. Wow, dass ich von ihm nicht getroffen wurde, finde ich cool. Vielleicht werde ich noch Dritter. Also, wenn ich Dritter noch werde, dann würde ich es cool finden. Ja, ich werde wohl noch Dritter. Boah, ganz knapp. Ich glaube, der Stachy trifft mich sogar auch noch. Aber gut. Jo, ich würde sagen, in der nächsten Runde gehen wir dann mal an das Highlight. Quasi, ja, was heißt Highlight? Aber doch schon eines der interessantesten Geschehnisse am Japantag, zumindest die mich betreffen. So, die interessanteste Sache sozusagen, die, ja, für mich betrifft, quasi, könnte man es so sagen, war dann nach dem Essen. Und zwar sind wir dann zu einer ja, etwas, ich sag mal, abgelegeren kleinen Kneipe gezogen in der Altstadt. Und, das müsst ihr euch so vorstellen dann da, die bieten dann da eine ziemlich lustige Sache an. Um das so zu sagen. Und zwar haben wir uns dann da einen Stress getrunken. haben da Stress getrunken. Falls ihr nicht, was das ist, das ist ziemlich, äh, ja, krasser Schnapp sozusagen. Ähm, also, so was habe ich auch, glaube ich, noch nicht in meinem Leben getrunken gehabt. Also, das ist echt, echt krass, muss ich sagen. Das ist echt, echt, nicht ohne gewesen. Aber, ähm, war auf jeden Fall lustig, das mal zu erleben. auf jeden Fall. So ist man sich vor, so vorstellen, ähm, das, äh, wenn man das, äh, getrunken hat, dann geht's sogar noch, würde ich sagen, die ersten Sekunden. Aber dann, brennt es wie Hulle. Dann brennt das echt wie Hulle. Also, das ist, das ist echt krass. Also, sowas habe ich auch noch nicht getrunken. Aber, aber, war mal echt interessant, sowas zu erleben, auf jeden Fall. War mal echt spannend, das zu erleben. Boah, Alter. Ich gebe dir zu, ich bin ja nicht so, der krasse Trinker jetzt, sage ich das mal. Auch wenn man vielleicht, ähm, fämmern, dass bei mir von Streams jetzt etwas anders gewohnt ist. Oder von Twitter-Bildern, die ich ab und zu über poste. Aber, eigentlich bin ich nicht so, der krasse Trinker, würde ich so voll sagen. und, aber einmal, einmal, schwimmt man mal mit dem Strom. Nein, aber ich, ich wollte das ja auch. Sonst hätte ich ja, weh im Moment gesagt, nee, ich will das nicht, ich will das nicht. Nein, aber, nee, 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 war schon, war schon gut, war schon gut. Was ich aber interessant finde, danach, ähm, ja, sind wir dann, was hat man eigentlich danach gemacht? Ich glaube, danach war eigentlich schon fast Ende, glaube ich. Dann sind wir noch zur, ähm, äh, ja, gemeinsam zur Haltestelle dann gegangen. Und, es war krass auf jeden Fall dann auch, wie viel dann in der Altstadt auch los war, weil, ähm, es war ja das, ähm, Dortmund gegen Bayern und, also, BVB gegen FC Bayern München und, ähm, da war auch ordentlich was los. Also, wie viele da sitzen, an den ganzen, Lokalen, war auch krass, wo das ja übertragen. Genau, also, dann ging es eigentlich noch zurück. War ein bisschen halt, äh, interessanter, da durchzukommen, weil es war echt, man kam kaum vorwärts. Also, es war richtig voll. Das muss ich echt sagen, es war richtig voll. Aber, es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Es war ein schöner Tag, auf jeden Fall, den ich, ja, wahrscheinlich nicht mehr vergessen werde. Ähm, also, es gibt in letzter Zeit, ich einige, äh, Ereignisse, wo ich echt sagen muss, äh, diese Erlebnisse, also, äh, vor ein paar Jahren hatte ich nicht gedacht, dass ich die, mal erleben würde. Also, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es war echt schön, war echt ein schöner und gelungener Tag. Und wahrscheinlich, ja, ich vermute mal, dass ich nächstes Jahr wahrscheinlich auch hin gehe, definitiv. Also, es macht richtig Spaß, doch, 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 also, es ist auf jeden Fall cool und kann ich ja jedem nur empfehlen, da, da diese ganzen Eindrücke zusammen. Es gibt ja auch noch, am Abend gab es ja auch noch dieses Feuerwerk, nur, äh, alleine wollte ich mir das nicht ansehen, aber, mal gucken, beim nächsten Mal mal, vielleicht beim nächsten Mal, mal schauen. Weil dieses Feuerwerk ist ja auch noch mal so imposant, bis zum geht nicht mehr, aber, nee, 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 nee. Vor dessen hatte ich mir ja noch, dann am Abend noch so so ein bisschen, äh, ich hatte ja sogar noch gestreamt gehabt, weil das der eine oder andere noch weiß, aber davor hatte ich mir ja noch das Pokalfinale dann auch angesehen gehabt. Das ist ein ziemlich lustiges Pokalfinale, mit einem ganz überraschenden Sieger. Danke, Nick, danke, Nick, danke, Nick. Wusste gar nicht, ja, ist das so, dass der Boomerang stärker ist als so eine Greenshell? Okay. Bin jetzt ein bisschen komisch, aber der fliegt einfach und jetzt wird er mich bestimmt wieder mit seinem Boomerang treffen, ne? Nee, tut er nicht. Wow. Geile Sache, auf dem fünften Platz, ne, so ein Ding zu bekommen. Äh, und das war schlecht. Das war richtig schlecht. Ich hätte das doch nicht machen sollen, Alter. Wie weit werde ich denn zurückgesetzt? Finde ich jetzt ja nicht so nett. Aber das war eigentlich, das hätte ich nicht machen sollen. Ich dachte, ich könnte darüber fliegen, Jetzt kriege ich noch einen, noch einen Goldpilz. Das finde ich ja cool. Das finde ich ja echt cool. Ja. Wobei, der Blitz finde ich jetzt auch gut. Weil der hat nämlich kein Item. Ich kriege noch mal Pilze. Ich kriege noch mal Pilze. Aber echt, wie gesagt, das war echt ein gelungener Tag, der Japan-Tag und ich werde definitiv nächstes Jahr noch mal hinfahren. Äh, die ersten Runden liefen so gut und diese jetzt hier eher semi-gut, semi-optimal, aber naja, naja, fünfte ist auch noch okay, den ich wohl bekommen werde, oder auch nicht. Warum auch immer, Pilze stärker sind als ein Stern, aber naja. Aber wie gesagt, der wird ja dann nicht langsamer dadurch. Warum auch immer, der wird nur einmal geschleudert und behält die Geschwindigkeit. Naja, was soll's. Gut, ähm, joa, mal gucken, ob ich, was mir noch einfällt, ob ich noch was zum Japan-Tag sagen kann, ob mir noch was einfällt. Mal sehen. Joa, also zum Japan-Tag ist mir jetzt tatsächlich nichts mehr eingefallen, was ich noch sagen könnte. Was ich euch noch empfehlen kann, ähm, der gute Mario hat im Übrigen auch noch einen Vlog gemacht und den werde ich, wenn der online ist, definitiv auch hier in diesem Video verlinken und natürlich auch auf, ähm, YouTube und, äh, Twitter teilen natürlich. Na gut, auf YouTube teilen ist ein bisschen schwer, aber, definitiv werde ich es auf Twitter teilen. Und, das solltet ihr definitiv reinschauen, wenn ihr dann mal selber noch einen Einblick bekommen wollt in den Japan-Tag und was da so alles an diesem Tag passiert ist. Gut, das Letzte, was ich dann noch sozusagen in diesem Part noch ansprechen wollte, sozusagen, das ist so ein bisschen, ähm, projektmäßig, was alles jetzt noch so kommen wird, ist ja halt quasi schon ein bisschen Standard bei mir. Und zwar, zum einen ist, heute ist endlich, soweit es sich verkünden kann, dass ich Pokémon Alpha Saphir endlich abgeschlossen habe, was endlich mal Zeit wurde. Wann habe ich dieses Projekt begonnen? Vor einem, vor einem Jahr, bestimmt schon länger, glaube ich. Wann ist Alpha Saphir rausgekommen? Moment mal, ist das nicht erst, ist das nicht letztes Jahr rausgekommen? Ah, ich weiß nicht mehr, wann es genau rausgekommen ist, aber ein bisschen drin ist das Projekt auf jeden Fall schon. Und es wurde Zeit, dass dieses Projekt endlich ein Ende findet. Und jetzt ist es soweit. Die Delta Episode ist auch zu Ende gekommen. Vor allen Dingen hätte ich die auch schon viel früher machen können, aber, naja, es kommt halt immer wieder was dazwischen bei mir. Der andere weiß es ja bestimmt. Wow, krass, Explosionen. Da nimmt mir einfach das Item weg. Das finde ich nicht nett. Das finde ich hier ganz und ja nicht nett. Aber jedenfalls ist Pokémon beendet. Aber es wird schon recht schnell wieder weitergehen mit Pokémon. Und zwar am 1. Juni. Und da wird etwas Interessantes dann auch stattfinden, wo ich dann hier auch nochmal dann sozusagen empfehle, dass ihr dann da reinschauen könnt. Denn da wird es dann sozusagen in der Zwischenphase dann vor Pokémon Sonne und Mond dann auch was Interessantes geben. Aber was das wird, das verrate ich noch nicht. Das wird eine Überraschung. Es wird nur was mit Pokémon sein. Da könnt ihr dann gespannt drauf sein, was das sein wird. Aber gut, dieses Rennen habe ich da schon mal verloren. Ich denke, im nächsten Fall werde ich ja noch zu den anderen Projekten da noch was sagen, wie da der Stand ist und was ich dann da machen werde. Weil wie gesagt, ich werde wahrscheinlich gleich auch noch was anderes da noch aufnehmen. Vermute ich so. Weil es stimmt, es gibt ja auch noch Galaxy. Das muss ich ja auch noch zu Ende bringen. Da bin ich auch noch dran, die 100% zu schaffen. Das muss ich auch noch machen. Dann kann ich eben schnell, ich werde noch mal eine Runde machen und dann prüfe ich das noch mit meinem Projekt an, wie das dann aussieht. Genauso mache ich das. Genau. So, wie sieht es aus? Hyrule Warriors habe ich, ja, wisst ihr ja, ist schon aufgenommen und da wird es auch wieder weitergehen, denke ich mal. Da wird es keine so krasse Pause geben wie bei den anderen. Das wird aber auch noch ein bisschen gehen. Ich denke mal, da bin ich so bei der Hälfte im normalen Hyrule Warriors. Aber es gibt ja noch das eine oder andere für mich zu zeigen in dem Spiel. Danke fürs Schubsen, Felo. Nämlich, gibt es ja nämlich noch die Legends-Inhalte, die ich euch auch noch zeigen möchte. Und dann natürlich halt auch die Charaktere in der Wii U-Version. Was ich aber nicht machen werde, was ja andere machen, sind die Abenteuerkarten. Weil die dauern so lange und ich habe schon genug Langzeitprojekte, die auf Ewigkeiten gehen und ich denke mal, wenn ich das machen würde, dann sitzen wir hier noch um 2017 da dran. Mindestens, wenn ich sogar 2018 bei meiner Rate wie Videos komme. Und ich denke mal, nee, mache ich nicht. Eventuell würde ich diese Abenteuerkarten in Streams machen. Da könnt ihr ja schreiben, ob ihr da Lust für hättet, ob ihr mal solche Abenteuerkarten sehen wollt. Weil da hätte ich schon Lust, immer in Streams zu machen, weil das kann man, finde ich, besser machen, als wenn ich die aufnehmen müsste. Aber das könnt ihr entscheiden. Dann. Dann hätten wir Splatoon Online. Ist auch so ein Projekt. Was ich ja eigentlich mit den News, wo ich ja sozusagen News immer packen wollte, aber, hm, ist auch so eine Frage. Ich bin da auch überlegen, nicht mehr so viel Splatoon da bringen zu können. Also nicht mehr so in diesem Format mit News sozusagen. Weil, wie gesagt, äh, momentan, finde ich, passiert auch jetzt nicht so viele News, äh, wo die man jetzt, finde ich, reinpacken könnte. Zumindest ist mir in der letzten Zeit jetzt nichts wirklich aufgefallen. Ähm, aber gut, muss ich mal sehen. Aber der eine oder andere will bestimmt, dass ich Splatoon, weil, mal wieder bringe und, ja, mal sehen, wie ich Splatoon-Parts noch mache. Aber so groß wird das nicht mehr werden. Dann Super Mario Maker. Da habe ich mir einfallen lassen, dass ich nach diesem Mario Kart 8 Part, ähm, dann noch, ähm, einen Mario Maker Part machen werde, nämlich die letzten Mario Maker Level, die mir zugesendet wurden, euch noch zeige, beziehungsweise das letzte Update, wo, was ihr, ja, bei mir auch noch nicht gesehen habt, mit den neuen, mit den neuen besonderen Aktionen oder Dingern, die man bauen kann. Vom letzten Update, das werde ich euch noch zeigen. Und Mario Kart 8, da kann ich noch nicht sagen, wie lange das geht, wann, ob ich das irgendwann beenden werde, das werden wir noch sehen. Aber einen Rennen mache ich dann doch noch, weil ich noch nicht fertig bin. Hihihi. So, die letzte Strecke für diesen Part heute. Die letzten Projekte, die ja noch im Raum stehen, jetzt mal abgesehen von den NMAC-Projekten, die ich jetzt mal nicht nennen werde, die ja auch nochmal ganz unterschiedlich gestrickt sind. Hötten wir Super Mario Galaxy, ist auch, wird auch nicht mehr so lange dauern, aber das kam jetzt auch schon wieder eine Zeit lang nicht. Das Problem ist, was ich da im Moment habe, ist dieses, ähm, diese 100% da zu sammeln. Das ist, mh, eine Aufgabe, die ich nicht gedacht hätte, dass sie doch so ein bisschen länger dauert und so friemlich ist. Weil, der ein oder andere weiß es ja, wenn er meinen, oh, hab ich den schön getroffen. Sorry, Andy. Sorry. Ähm, der ein oder andere weiß es ja, was ich ja bald, ähm, als nächstes Mario-Projekt machen werde, da ja bald der Sommer ansteht, ähm, hab ich nämlich vor, Sunshine zu machen und das würde sich nämlich dann anbieten, wenn, ähm, dann Galaxy so langsam dem Ende sich entgegenneigt. Ja, der hat eine Dreie. Natürlich hat er drei Red Shills. Warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? Na, natürlich. Warum denn auch nicht? Genau, wie gesagt, ich denke mal, das wird nicht mehr so lange dauern. Ich glaube, ich hab, mir fehlen glaube ich nur noch so circa 15 Sterne, glaube ich, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Müsste ungefähr so sein. Also, ich hab schon mehr als 100, glaube ich, und es sind hier insgesamt 120, die ich holen muss. Das wird noch ein Spaß, aber ich werde mich ranhalten. Gut, Alpha Saphir, wie gesagt, gerade eben erwähnt, ist zu Ende. Und das war so blöd, dass mich dieser Stachie getroffen hat. Hätte der mich nicht getroffen, aber hätte, wenn und aber, bla bla bla. Gut, und zum letzten Punkt, der große Problemfall, Fire Emblem Sacred Stones. Ja, Sacred Stones, Fire Emblem Sacred Stones, das ist eine, ja, eine Sache, hm, wo ich ein bisschen sage, hm, boah, dieses Rennen läuft so super, dass ich noch Fünfter bin. Naja, werde ich nicht mehr. Egal, Fire Emblem Sacred Stones, so wie ich, dass der Projekt läuft, so wie ich hier in diesem Rennen abschneide. Ich bin ja überlegen, das komplett neu zu starten, aber da möchte ich am besten noch auf euch warten, wobei ich glaube, es werden sowieso nicht viele geguckt haben, aber, falls ihr es geguckt habt, werdet ihr damit einverstanden, wenn ich das neu starte irgendwann, oder, ob ich das vor Ort fahren soll, weil ihr müsst wissen, mein Safe State ist, äh, oder mein Speicher, besser gesagt, der ist im Eimer, und ich muss ein bisschen was neu spielen, und, ja, ist ein bisschen, naja, naja, ne, naja, aber gut, ich würde sagen, ich hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat, war ja ein bisschen was los, in dem Crossing Dorf, naja gut, das mache ich jetzt auf Screen noch, ich hoffe, es hat euch gefallen, wünsche euch einen schönen Tag, und bis zum nächsten Part von Mario Kart 8 Online, bis dann und tschüss, euer Jake,